Russlands Teilmobilisierung von hunderttausenden Soldaten macht sich laut dem ukrainischen Präsidenten an der Front bemerkbar. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine wird beschossen. Der Überblickpunkt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sieht seine Streitkräfte unter Druck durch den Zustrom von frisch mobilisierten Soldaten auf der russischen Seite. Zwar verheize Russland diese Männer nur als Kanonenfutter, trotzdem machten sie die Aufgabe für die ukrainischen Verteidiger schwieriger, sagte Zelensky in seiner Videoansprache am Donnerstag. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Schakiv, wurde am Donnerstagabend abermals mit russischen Raketen beschossen. Russische Marschflugkörper schlugen auch im Westen des Landes in einem Militärobjekt bei der Stadt Solodschiv ein. Am Freitag ist für die Ukraine der 233. Tag des Abwehrkampfes gegen die russische Invasion. In der europäischen Energiekrise, verursacht durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, hat Deutschland den vorgesehenen Speicherstand von 95% Erdgas vor Winterbeginn erreicht. Der russische Ölkonzern Rosneft hat in Deutschland gegen die vom Bund verfügte Zwangsverwaltung seiner Raffinerietochterfirmen geklagt. Zelensky, Russland wirft tausende Mobilisierte an die Frontpunkt. Der russische Präsident Vladimir Putin hatte im September eine Teilmobilisierung von 300.000 Soldaten angekündigt, um Verluste im Ukraine-Krieg auszugleichen. Tatsächlich trifft die Mobilisierung aber alle Teile der russischen Gesellschaft. Hunderttausende Männer sind vor der Einberufung ins Ausland geflogen. Die eingezogenen Soldaten werden nach Berichten oft ohne Ausbildung und schlecht bewaffnet an die Front geschickt. Am Donnerstag wurde der Tod von fünf solcher Männer aus dem sibirischen Gebiet Chelyabinsk offiziell bestätigt. Andere Soldaten geraten schnell in ukrainische Gefangenschaft. Jetzt wirft Russland tausende seiner mobilisierten Männer an die Front, sagte Zelensky. Dabei brauchten die russischen Kommandeure diese Soldaten gar nicht. Sie erwarten, dass die mobilisierten Russen im Krieg zumindest ein paar Wochen überleben und dann sterben. Dann würden neue Soldaten geschickt. Aber diese Zeit ermöglicht es den russischen Generälen, ihre Leute als Kanonenfutter zu benutzen, um zusätzlichen Druck auf unsere Verteidiger auszuüben. Punkt der Druck sei spürbar. Ich bin all unseren Soldaten dankbar, die das ertragen, sagte der ukrainische Staatschef. Er danke auch den internationalen Partnern, die verstehen, dass die Ukraine unter diesen Bedingungen noch mehr Militärhilfe brauche. Ukraine setzt dem Roten Kreuz eine Frist. Die Ukraine macht Druck auf das internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, sich stärker um ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft zu kümmern. Bei einer Videoschalte gab der Chef des Kiewer Präsidialamtes, Andrei Jermak, dem IKRK eine Frist von drei Tagen, das russische Gefangenenlager Olen Iweka Abadon jetzt zu besuchen. Wir können nicht noch mehr Zeit vergeuden. Menschenleben stehen auf dem Spiel, sagte er. In Olen Iweka waren im Juli mehr als 50 ukrainische Gefangene bei einer Explosion getötet worden. Die Ukraine geht davon aus, dass in dem Gebäude absichtlich eine Bombe gezündet wurde. Das IKRK hat es bislang nicht geschafft, Zutritt zu dem Lager zu bekommen. Zelensky sagte, das IKRK habe das Recht auf Zugang und müsse ihn nutzen. Grossi Spendel Diplomatik zum AKW Saporizia Punkt der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, IEEE, Raphael Grossi, äußerte sich positiv nach Gesprächen mit den Präsidenten Russlands und der Ukraine zum Kernkraftwerk Saporizia. Die Arbeit geht weiter, und ich denke, dass wir gute Fortschritte machen, sagte Grossi am Donnerstagabend in Kiew zu Plänen für eine Sicherheitszone um das umkämpfte ukrainische Atomkraftwerk. Konkrete Signale der Zustimmung von Moskau und Kiew gab es aber nicht. Grossi hatte vorige Woche in Kiew Selenskyj getroffen. Dann reiste er diese Woche zu Putin nach St. Petersburg, der Gesprächsbereitschaft signalisierte. Am Donnerstag war der IEEE-Generaldirektor erneut in Kiew und sprach mit Außenminister Demetro Kuleba. Deutsche Gasspeicher knacken Marke von 95 Prozentpunkt mit einem Füllstand von 95,14 Prozent haben die Gasspeicher in Deutschland am Donnerstagabend die zum 1. November vorgegebene Marke frühzeitig erreicht. Mengenmäßig reiche das Gas für ungefähr zwei kalte Wintermonate, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Die gut gefüllten Speicher werden uns im Winter helfen. Zugleich betonte der Behördenchef, dass die Speicher nicht für die ganze Heizperiode ausreichten und zusätzliche Anstrengungen nötig seien. Dazu zählte er neue Flüssiggasterminals an Deutschlands Küste. Außerdem müsse die Gasversorgung in den Nachbarstaaten stabil bleiben, und der anländische Gasverbrauch müsse um mindestens 20 Prozent sinken, sagte Müller. Rosneft klagt gegen Treuhandverwaltung seine Raffinerie. Im Streit über die Treuhandverwaltung der deutschen Rosneft-Töchter hat der russische Ölkonzern das Bundeswirtschaftsministerium verklagt. Das teilte die Berliner Kanzlei Malmendier mit. Die Voraussetzungen für eine Zwangsverwaltung legen nicht vor. Der Fall unterscheide sich grundlegend von dem der Deutschlandtochter des Gaskonzerns Gazprom. Rosneft komme seine Rohöl-Lieferverpflichtungen in vollem Umfang nach. Es gibt keine Lieferunterbrechungen und keine Leistungsstörungen, argumentierten die Juristen. Die Bundesregierung hatte im September angekündigt, die Mehrheitsen jeder brandenburgischen Raffinerie BCK in Schwedt in Brandenburg, zwei Rosneft-Töchter, unter staatliche Kontrolle zu bringen. Hintergrund ist ein geplantes Öl-Embargo gegen Russland, das ab 1. Januar greifen soll. Melenik verabschiedet sich von Deutschland. Der ukrainische Botschafter Andriy Melenik verabschiedete sich via Twitter von Deutschland. Ich kehre nach Hause zurück. Erhobenen Hauptes mit reinem Gewissen und dem Gefühl, meine Pflicht gegenüber der Ukraine erfüllt zu haben, schrieb er am frühen Freitagmorgen. Danke, liebe deutsche Freunde, für Ihre Geduld. Melenik will Deutschland am Samstag verlassen. Er soll in Kiew einen neuen Posten im Außenministerium übernehmen. Sein Nachfolger Oleksiy Makijev wird bereits Anfang kommender Woche in Berlin erwartet. Zelensky hatte Melenik Mitte Juli von seinem Posten abberufen. Melenik hatte sich nicht erst seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mit oft harter Kritik an der Bundesregierung einen Namen gemacht. Das wird am Freitag wichtig. In Luxemburg treffen sich die Innenminister der Europäischen Union. Auch Bundesinnenministerin Nancy Faser, SPD, wird erwartet. Ein Thema wird die Lage von Flüchtlingen aus der Ukraine in der EU sein. In Kopenhagen äußert sich die Weltgesundheitsorganisation WHO in Europa zu den gesundheitlichen Folgen des Krieges in der Ukraine. Es geht darum, wie das ukrainische Gesundheitssystem besser unterstützt werden kann.